Moin Freunde, wir sind jetzt hier zurück zu GDR Füden, nachdem wir hier oben ja unsere schöne Landung gemacht haben. Wat for Wade! So, es sieht aus, als ob wir alles bereit sind, mit allem. Floyd, ich glaube nicht, es ist eine gute Idee, uns zu treffen, in den Kondos zu treffen, also vielleicht sollten wir... Sag Floyd, es ist eine gute Idee, in den Kondos zu treffen. Es ist eine gute Idee. Und sag ihm, wir brauchen Chips, Dips und Prostituten. Büro. Gucken wir mal, was da rauskommt. So. Dammit. Dammit. Okay, vielleicht... Ich hätte gerne wohnt da. Wo haben die Vargos? Keine Ahnung. Ich glaube, das war nicht Vargos. So, mal gucken, was das Büro... Nee, fuck. Falsch gefahren. Aua. Aua. Am Auto. So. Auf nach der Hinten. Wuhu. Für die sehe ich übrigens auch fragen, ob ich erstmal nur die Story und dann halt die Nebemüste noch machen werde. Also wenn wir die Hauptstory komplett durch haben, wird da zuerst mal, wird zu GTA 5 Singleplayer kein Video mehr kommen. Das kann dann sein, dass ich irgendwann mal wieder Multiplayer-Videos dann bringe. Aber das steht halt noch offen, je nachdem, was ich dann halt machen werde. So. 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 Okay. So. 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 Was hat er dir gesagt? Er hat einfach gesagt, dass ihr euch glücklich seid, um die Regierung zu helfen. Oh, wirklich? Weil ich gesagt habe, dass wenn wir mit dieser Sache geholfen haben, was wir gemacht haben, dann unsere Vergangenheit in der Vergangenheit werden wir vergessen. In einer Hase der Patriotik-Ferber. Wer hat das gesagt? Ich habe das gesagt? Ich bin hier in charge, Fruity. Ich! Du verstehst du? Nicht ganz. Kannst du das wieder erklären? Was ich gesagt habe? Oh, du bist gut. Die drei blöden. Listen. Wir brauchen Hilfe mit etwas anderes. Einige der Regierung, einiges ist ziemlich korrupt. Nicht, äh... Nicht dein bisschen, richtig? Ja, aber wir sind korrupt in einer guten Weise. Aber die Agenzienz, sie wollen die Panik, damit sie ihre Budget zu garantieren. Das ist wie sie bezahlen. Es ist ein großer Problem. Und jetzt haben sie ein paar... ...fonds, die wir brauchen, in unserem Kampf gegen den Krieg, als eine Art von bribieren, die offizieren. Wirklich? Und woher sie das bekommen? Drugs. Die Barsche lieben zu verkaufen. Wer nicht? Wir denken, dass sie das Geld nutzen, um ein Krieg zu finanzieren, auf unsere Straßen. Und wir brauchen Sie, das Geld, für uns. Für uns. Die Bomben verlassen die Terminal in einer Armored-Karte. Ja, mach dich, Dave. Wir haben nicht Zeit, um die richtige Richtung zu vorbereiten. Das ist nicht meine Worte. Ich kann nicht mehr auf die Mehrheit für das. Du bist gut. Mach dich, Dave. Schönes Arbeit, Slick. Wir werden die Pattdowns in der Airport, wenn die fucking Clowns sind mit uns. Fuck dich. Hey, hey, look, man. Es ist wie es ist. Wie werden wir das gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe es. Klassische Blitz-Play. Es ist in der Industrie, also ich denke, Fahrzeug. Fahrzeug zu blockieren, Fahrzeug zu sacken. Wir bekommen ein paar Disgüse, und wir sind Gold. Wir haben nur eine Hoffnung, wie hell, diese sind diejenigen, die keine Angelegenheit mit ihnen Wenn sie sind, wir dealen mit ihnen. Wenn und wenn. Wenn und wenn. Ich werde meine Augen entfernen, General. Danke, Michael. Hey, kein Problem. Nein, wirklich? Okay. Aber auch ist schon interessant zu sehen, dass das Auto Bett hier ist. Verlassen wir das Gebiet. Ja. Machen wir. Natürlich. Wer hat den automatischen Speichern bitte vergessen? Ne? Also ich nicht. Denn ich habe einen Ich habe einen Besonderes. Maske und Beherrschung. Wir holen ein. Wir holen ihn zurück. Und da gibt es ein Auto-reparger. Da gibt es ein Fahrzeug. Oh ja, ja, ja. Geh weg. Das wäre gut. Ich kaufe etwas schnell und Was hast du Wir fahren es nach der Straße, einen guten Ausdruck. Und wir haben sicher, dass es nicht leid. Alles klar. Vorbereitungsabträgen sind verfügbar bei HS. Ein Fluchtsfahrzeug wird ebenfalls benötigt. Gott. Machen wir jetzt das oder wollten... Wir haben ja noch mit Franklin noch was offen. Wir haben auch noch mit Trevor noch was offen. Ich glaube, wir machen erst mal die Trevor-Sachen, weil wir die uns schon verdammt lange her schieben hier. So. Und ich schätze mal, wenn ihr auch gerade diese Folge seht, war das so, dass jetzt die 20. Folge von Steam or Dig Online kam. Morgen kommt dann die 21. Wenn ich mich gerade recht entsimme, ich müsste glaube ich keine Folgen mehr im Petto haben von GTA. Sprich, heute kommt 20, wenn ich das aufnehme gerade. Und das ist für euch gestern und morgen kommt für euch dann die 21. Und joa. Ich habe auch eventuell schon wieder neue Sachen im Kopf, die nach Steam or Dig kommen. Und Steam or Dig neigt sich ja schon zum Ende. Ähm... Es hat mir ja schon gesehen, dass man da einfach nur noch am Ende durch muss. Also... Es ist nicht viel, was da passiert. Ich probiere es gerade so spoilerfrei wie möglich, äh... zu halten. Ja, ist mir egal, dass er fake geschlagen ist. Und... Boah... Kommt nach Steam or Dig. Definitiv der zweite Teil, den werde ich mir noch holen. Äh... Den werde ich mir auf Steam holen. Den werden wir auf jeden Fall auch jetzt playen. Und dann werde ich gucken, was ich mache. Also ich habe zwei weitere Sachen im Kopf. Die ich auf jeden Fall machen möchte. Sind auch schon beides auf meinem Kanal vertreten, beide Sachen. Aber... Naja, also... Ihr werdet einfach sehen, was ich mache. und mich an, Bro. Ist das klar? Äh, schau dir die Böcke. Du bist wie ein Böcke, Böcke. Äh, ja? Also, du bist wie ein Böcke. Äh, genau wie ein Böcke. Wo ist die Böcke? Auf der Weg. Der Kind idoliert sich... Äh, 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 äh. Ja! Ja, Frankie! Wir waren gerade über dich. Ah, natterin. Du kennst das so. Ja, egal, Mann. So, was wir hier? Wir arbeiten, Amigo. Wir nehmen einen Schatz. Oh, ja, I've done most of the planning and, äh, äh, I think we're gonna literally make a mess with his own. Did you talk to Lester? Yeah. Ja, I called him. Apparently he's in the hospital having his... vagina cleaned or some shit. He had a wasting disease. 20% saved. Nah, that's not how we work. Well, you'll forgive me. But that's how we're gonna work this time, alright? We're doing it my way. Because, as I recall the last time, when we did it your way, we all got shot at, you got buried, Resurrect wurde, wurde in einem Schwert, und Brad wurde in einer verdammten Kirche. Ja, und Lester sagte uns nicht zu tun, aber wir haben es auch gemacht. Und Lester ist ziemlich gut, Mann. Aber du schluckst den Schein, okay? Und du, Michael, ich, okay? Also, diese Zeit, wir machen Dinge mein Weg. Ja, und was ist nach dem, 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 nach dem. Also, was ist der Plan? Wichtig. Wir sind ein Freighter in Los Santos Harbor, okay? Jetzt, wenn Vater ein kleiner Helfer ist, dann wird er auf der Brücke, okay? Du bist der Lookout. Du, du steigst den Freighter und plantst die Charger. Ich? Ich steigere die Deepwater-Selvage-Operation mit ein kleiner Helfer von meinen Freunden. Du. Batman, natürlich, wenn du nicht einer dieser Freunden bist. Welche Partie ist einfach? Oh, für fuck's. Wo hast du den Schein, Mikey? Fuck you! Ah! Better! I like that! Fuck you! Good! Good! All right! Now, let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. Don't be a dick. Ah! Wie ich Trevor liebe! Hey, Wade! Get Michael a wetsuit, alright? Take him to the boat! Oh! Stop dragging your heels, kid! We need some transport! I'm coming, man! I'm dropping you on the port city side of the Miriam Turner overpass, alright? Martorine! Oh, yeah! Nears a rifle with a thermoscope. So, like, nice to meet you properly, too, man. Whoa, 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 whoa! Why are you being weird? Cause this is a weird second meet. Kid, we're not, like, hanging out right now. This isn't fun time. I got a score, and you're doing it. Cool, so, what's the pain, man? I don't know what it is, but I know it's important. You heard of Merriweather? Uh, yeah, maybe. Merriweather Security Consulting. The company our government uses to fight its wars and protect its shady interests all over the planet. They're the Army? They're like the Army, only they're private, so they cost more. Anyway, they've just been cleared to take government contracts on the US soil. And what's one of the first on the list? This container at the port? Exactamundo! So, it's gotta be valuable, right? Anyway, it doesn't matter, cause your job is not to understand. It's to shoot it, people, who try to stop us. Fahr zur Brücke! Also, ich glaube, ich habe das ja schon in der letzten Part und in der vorletzten Folge gesagt, dass ich immer nur das auf dem Meer gemacht habe. Deswegen wollte ich, äh... Ich weiß gar nicht, ob das zwei Folgen oder mehr Folgen hier ist. Deswegen will ich jetzt das mit dem Hafen machen. Ganz einfach, weil es für mich eine neue Mission ist. Ich habe es nie gemacht. Also, von daher kann man das Ding wohl auch gefährden. Ich bin ein Comedian hier. Das ist dein Shooter's Nest und kenne mich. Alles klar, Mann. Alles klar. Okay. Von hier? Okay. Wie gesagt, von da oben. Shit. Hey, dog, ich bin in Position. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Okay, ich bin in Position. Damn, das ist ein langer Weg. Also, ich bin sicher, dass ich keine Probleme bin, wenn ich da bin. Fuckin' Trevor. Okay, ich habe dich, homie. Oh nein, ich bin in Sniper. Oh nein, ich bin in Sniper. Die Tiere sind schade, oder? Von dem, was ich über sie gehört habe, ja. Es sind keine Peace-Worker. Okay. Hmmm. I got four bombs to plant, kid. Look out for me while I do it. Ich habe auch noch eine Pistole. Ach, jetzt muss ich beides machen. Welche Wache war das? No, jetzt habe ich rausgetippt. So. So. Wir sind halbwegs da. Kup! Aaaaaah! Ok. Oh, von hinten kommt noch einer. Habe ich einen Schalli? Ja. Der, der jetzt um die Ecke kommt.